Mission Rübenernte. Videojournalist Rüdiger spürt in aller Herrgottsfrühe der Frage nach, wie die Rübe vom Feld in die Fabrik kommt. Sein Film soll schon am selben Abend im Fernsehen laufen. Weil es bei ihm oft so fix gehen muss, verwendet Rüdiger leichtes Equipment. Mit der kleinen Kamera kann ich schon springen, kann einfach machen. Ich darf halt nicht runterfallen. Ich bin vorhin ein bisschen gestolpert, aber es ist noch alles gut gegangen. Jetzt fuhre ich mich als Ort. Ein Rübenbauer bringt den VJ zu seinem Auto. Im Kofferraum stapeln sich Kameras, Aufstecklichte, Mikrofone und ein kleiner Kabelsalat. Also die ganze Ausrüstung, um die sich normalerweise ein Kamerateam kümmert. Ich weiß nicht, ob ein Profikamera-Mann sowas macht, aber ich mach's jetzt mal so. Wir kommen zu dem Fernsehen wieder so gemacht, dass man als Journalist der Autor ist oder auch der Regisseur ist. Das heißt, man hat mit der Technik eigentlich nichts zu tun. Sondern man hat ein Kamerateam, die die Bilder und die Töne machen und einen Cutter, der den Beitrag dann fertig schneidet. Und als Videojournalist macht man alles selber. Ich drehe meine Bilder selber und ich schneide meine Sachen auch selber. Vielleicht machen VJs das nicht ganz so perfekt wie Kameramänner oder Cutter. Bei sensiblen Themen kommen sie dafür viel näher an die Menschen heran. Das ist ein unglaublicher Mehrwert. Wenn man konventionell ins Fernsehen ist, ist man immer zu dritt. Man ist immer eine Mannschaft. Man ist immer mehr als die anderen. Und das zerstört sehr viele. Das macht die Leute nervös. Das ist ungewohnt für die. Ankunft in der Rübenfabrik. Sein Beitrag wird heute Abend in einer Live-Sendung direkt vom Fabrikgelände gesendet. Deswegen schneidet der VJ gleich vor Ort. Dazu klappt er einfach in einem Besprechungsraum seinen Laptop auf. Und jetzt, wo es schnell gehen muss, fickt die Kamera. Ach, Scheiße. Einen Fernsehbeitrag im Alleingang zu produzieren, ist nicht ohne. Man dreht viel Schrott und Schlächt und das ist alles furchtbar. Aber das ist eben, man kommt dann so rein. Und ich finde, man muss so ein bisschen ein journalistisches Herzblut haben und auf der Suche nach der Geschichte sein. Und dann, glaube ich, lernt man den Rest dazu. Die meisten VJs haben wie Rüdiger eine klassische journalistische Ausbildung und zusätzliche VJ-Seminare belegt. Aber auch Techniker können sich als VJs weiterbilden lassen. Rüdiger ist fertig mit Schneiden und Schreiben. Und dann geht das Ganze auch schon durch die Abnahme. Jetzt fehlt nur noch die Tonaufnahme. Die erledigt Rüdiger im mobilen Tonstudio. Also jetzt wird hier eingespielt. Okay, jetzt mal auch Text hier. Und genau, hier sehe ich den Beitrag. Läuft er. Die Rüder spielt den jetzt gerade ein. Das Jahr 2011 wird in die Zuckergeschichte eingehen. Der beste Rübensommer seit langem. In den letzten Tagen haben die Bauern in Bayern die letzten Zuckerrüben gerodet. Fertig. Rüdiger hat seine Mission erfüllt. Sein Rübenernten-Video ist im Kasten. Geschafft, fertig. Jetzt dämmer, jetzt wird es dunkel. Und wir haben es tatsächlich geschafft.